7 Minuten, aber hey, let's go, schaust du eigentlich in Visions of Mana rein, wenn das kommt? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ich werde da ein Muster anfragen und wenn nicht, dann werde ich mir auch das Spiel holen, da habe ich mega Bock drauf, das sieht extremst nach meinem Shit aus. Aber ja, jetzt erst, ich wollte dann, ich muss mal gucken, ich wollte gleich mal kurz, wie gesagt, Cat Quest mal ansehen und reinspielen, weil ich ja für den Dreier hoffentlich es schaffen werde, eine Review zu machen, aber ich habe auch noch, ich habe auch noch auf dem PC noch ein, zwei Sachen, die ich zeigen könnte. Aber schauen wir erst mal hier rein. Meine schwierigen... Okay, Spoiler-Warnung. Ach, Gaming-Dilemmas, die uns zerstört haben, das bezog... Alter, Bro, ich weiß teilweise bei den Titeln habe ich keine Ahnung, um was es dann am Ende bei dem Video gehen wird manchmal. Okay, es sind schwere Entscheidungen in einem Spiel. Das war... Die schwerste Entscheidung für mich war, tatsächlich Animal Well bei Limited Run zu kaufen, weil ich das physisch haben wollte. Das war die schlimmste Entscheidung meines Lebens. Die hat mich zerstört, wo wir gerade bei dem Thema waren. Okay, dann, ja, Spoiler-Warnung an alle für theoretisch alle möglichen Spiele. Ich weiß es gar nicht. Gibt es da irgendwie eine Entscheidung in einem Videospiel? Ich glaube, die Entscheidungen in dem Spiel waren mir, glaube ich, alle immer relativ egal. Also nicht, dass es mich auf einer emotionalen Ebene irgendwie getroffen hat, oder? Was so Entscheidungen betraf? Ist halt eher so, äh, okay. Äh, okay, okay. Mal sehen. Es ist ein bisschen schwierig, die Entscheidung zu treffen, welche die schwierigste Entscheidung war, weil es so viele schwierige Entscheidungen in schwierigen Videospielen gibt. Es gibt aber... Mir fällt nicht einer ein. Mir fällt gerade... Es kann sein, dass es welche gibt, wo ich dann zustimme. Mir fällt nicht einer ein. Aber auch schwierige Entscheidungen in einfache Videospielen. Und ein Spiel, was relativ einfach war, aber viele schwierige Entscheidungen hatte, war Walking Dead Staffel 1. Da gibt es sehr, sehr viele schwierige Entscheidungen und die... Nee. Das hat vielleicht, also Walking Dead muss ich auch sagen, das hat am Anfang irgendwie so funktioniert, als du dachtest, da würde irgendwie großartig was passieren. Aber ehrlich gesagt hattest du sehr wenig Einfluss auf die Handlung. Die, die, die grobe Handlung läuft die ganze Zeit so weiter und das ist dann so, oh, einer von diesen beiden Charakteren muss jetzt auf die, äh, auf die gleiche Art und Weise sterben. Und die jeweils andere Figur nimmt eine andere Rolle rein, aber wird dann auch ein, zwei Episoden, äh, später sowieso sterben. So, also, da hab ich, ich hab das ja nachher nochmal... Ich mochte das wirklich sehr, als ich das auf der Xbox 360 gespielt habe, zu releasen. Wo ich dann alle Folgen zu Launch runtergeladen und gespielt habe. Und dann hab ich irgendwann, ein, zwei Jahre später, die Xbox One-Fassung gespielt und dann nochmal alles am Stück und ich bin fast eingeschlafen. Die mir am schwersten gefallen ist von allen schwierigen Entscheidungen, die in diesem relativ einfachen Spiel drin sind, ist die, wie man am Ende mit Lee umgeht. Erschießt man ihn? Erschießt man ihn nicht? Tja, was macht man da? Ich find das, ich find das ist die einfachste Entscheidung im Spiel. Ganz, ganz im Ernst. Ich find das ist die einfachste Entscheidung im Spiel. Warum sollte ich ihn, warum sollte ich ihn nicht erschießen? Warum, warum sollte ich ihn nicht erschießen? Du weißt, dass die Person sich in einen Zombie verwandelt. Warum solltest du ihn dann nicht davon, davon erlösen? By the way, ich hab grad eben gesagt, die Spiele, die hier genannt werden, Spoiler-Warnung dafür, ne? Also, aber das ist, das ist für mich einfach keiner, das ist, das ist für mich keine schwierige Entscheidung, weil das ist so, ja. Oh ja, das ist, damit kann ich die, die Person, so, was, was bringt mir das noch? Die als Zombie rumlaufen zu haben. Absolut gar nix. Kann ich auch drauf ballern. Einfachste Entscheidung im ganzen Spiel. Da muss ich sagen, hab ich genau das gleiche wie Chris und ich wollte es eigentlich nicht spoiler-mäßig sagen, aber da er schon gespoilert hat, sag ich genau das gleiche. Am Ende muss man sich entscheiden von The Walking Dead, ob man Lee killt oder ob man ihm sein Schicksal überlässt. Ich find das, ich find das, ich find das ist keine, ich find das ist keine interessante Entscheidung, weil das, das Wichtige, was passiert, ist, dass er eben zu Ende geht. Also, er wird so oder so sterben. Das ist ja, du kannst es ja nicht aufhalten. Es ist einfach nur, willst du ihn zum Zombie werden lassen, ja oder nein. Aber das Wichtige, was die Handlung betrifft und auch das Wichtige, was das Emotionale betrifft, ist eigentlich der Tod an sich. Die Entscheidung am Ende ist relativ irrelevant. Und für mich eben auch super eindeutig. Weil es hat, wenn du in der Situation bist und du hast die Auswahlmöglichkeiten, dann gibt es da, finde ich, du hast die eine korrekte Wahl und du hast die eine, oder was heißt korrekte Wahl, oder du hast zumindest die eine Wahl, wo du dann sagen kannst, okay, der Vorteil ist zumindest noch kein Leiden darunter. Oder halt zukünftiges, weil du halt nicht weißt, wie das aussieht. Und die andere ist so, ja, gar kein Vorteil. Ich kann meine Hand reiner, reiner gewaschen halten. I don't know. Und er zum Zombie wird und es ist einfach... Ich hoffe, das kommt am Ende auch in Mass Effect. Ja, mein, also am emotionalsten war, als ich gewählt habe zwischen dem grünen oder dem roten Laser. Du weißt ganz genau, was das Richtige ist, aber du willst es halt einfach nicht machen, weil wer will schon Lee erschießen? Aber der ist doch zu dem Zeitpunkt eh tot. Weißt du, wenn das so ein Moment wäre, wo, oh, hier ist die Person, die dir was bedeutet und die Person, die macht irgendwas, wo du nicht mit irgendwie umgehen kannst oder sonst was. Und dann musst du dich entscheiden, ob du da abdrückst oder sonst was. Aber der Moment, wo die Person eh hinüber ist und du weißt, okay, das ist vollkommen im Aus. Wie gesagt, also ich bin da auch dann in dem Punkt einfach vollkommen, vollkommen arschkalt gewesen. Das war mir... Der wichtige Teil emotional in der Handlung ist, dass er krepiert, wie es am Ende passiert, I don't give a fuck. Und es ist einfach herzzerreißend, geiles Spiel, spiel das mal, bitte. Die schwierigste Entscheidung war für mich in Hollow Knight den Menderbug umzubringen, weil das ist so ein lustiger kleiner Käfer, der halt immer die Schilder repariert in der Welt. Und den kann man halt dann manchmal sehen, wenn man so ein Schild kaputt macht und dann reinläuft in den Raum, dann sieht man dem, wie er das Schild repariert. Und leider muss man ihn töten, um herauszufinden, dass er einfach der purste und süßeste kleine Käfer in dieser ganzen Welt ist, der einfach sich so darüber freut, dass er den ganzen Tag nur diese Schilder kaputt reparieren kann. Und ja, aber man muss ihn töten, um es herauszufinden. Okay, whatever. I don't give a shit. Vielleicht bin ich da auch einfach zu kalt bei diesen ganzen Sachen, aber who cares? To Monster! Ähm, ich hätte gesagt, das war bei ... Telltale, The Walking Dead Season. Es gibt so viele Spiele mit schwierigen Entscheidungen. Es gibt so viele, dass drei von vier Leuten schon dasselbe genommen haben. Eins. Und zwar gab es da zwei Entscheidungen, die mir sehr schwer gefallen sind. Das eine war mit Doug, mit dem Sohn von Kenny. Ähm, ob man ihn erschießt, ob Kenny ihn erschießen soll, ob man ihn so lässt und sich verwandelt, das war furchtbar. Das ist auch, das ist, wo ist das ... Ähm, sorry, das ist, das ist, ich finde, das ist vollkommen keine schwere Entscheidung. Vor allem, das ist nicht mein Kind oder so. Das ist einfach irgendwie der Rotzbegel von wem anders. Und dann so, ja, Bro, okay. Der, der törnt sich jetzt. Und dann ballern wir halt drauf. So, I'm sorry. Wenn wir schon in der Situation sind, dann finde ich, dann machst du auch da das Richtige mit. Oh. Alter, hier emotionslose kalte Basta. Das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Es geht ja um schwierige Entscheidungen. So, das Emotionale daran ist nicht die Entscheidung. Das Emotionale daran ist, dass das Kind stirbt. Die Entscheidung, die du da treffen musst, finde ich, ist danach vollkommen irrelevant. Vor allem, weil du aus spielerischer Sicht sowieso nichts da dran irgendwie nochmal siehst. Aber tatsächlich auch einfach so die letzte ... Oh mein Gott, ich hab noch 50 Konten. Das ist kein, ich finde, das ist kein richtiges Dilemma, wo du da vorstehst und oh, das und dann Vor- und Nachteile und äh. Sondern es ist einfach nur dieses, oh ja, aber ich ... Also es ist besser, wenn ich ihn eigentlich erschießen würde, aber ich möchte es nicht so sehr. Wow. Fucking harte Entscheidung in dem Videospiel. Also es ist halt so ... I'm sorry, aber das kann ich halt null nachvollziehen. Wo Clementine Lee erschießen muss oder nicht, das war ganz furchtbar für ... Ja, also ich meine, bei Life is Strange war es für mich halt auch einfach, weil die Gewichtung so vollkommen absurd war. So, eine Person oder die ganze Stadt. Und dann bin ich da so, ja natürlich nehme ich die ganze Stadt. Hallo? Was würde denn Spock sonst von mir halten? Aber es ist zumindest eine Entscheidung. Es ist zumindest so, okay, du hast hier gewisse Vor- und Nachteile. Aber nicht so, oh, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen und jetzt müssen wir einfach nur gucken, wie machst du die Situation. Und da geht's dann auch eher so dieses, oh, ich will ja aber nicht. Und das ist halt mehr dein Problem. So, wenn du dem Kind dann auch da helfen willst, dann ballerst du das dann eben um. Also vielleicht auf eine etwas andere Art und Weise oder so, aber ... Aber wenn du dem Kind dann wirklich helfen willst, in der beschissenen Situation, wo du bist, dann willst du das nicht noch irgendwie in Ruhe törnen lassen oder so'n Scheiß. Also das ist ... Deswegen, ich finde, das ist halt keine schwere Wahl. Für mich und das war schlimm. Also als erstes habe ich an ... Das Ende von Life is Strange ist das Trolley-Meme. Ja, aber dass du halt eine Person und halt irgendwie tausende Leute hast und nicht so eins versus fünf. Ich habe für Strange gedacht bei dieser Frage und an die Entscheidung, ob man Chloe opfert oder Arcadia Bay. Das ist aber im Grunde keine schwierige Entscheidung, weil jeder normale Mensch entscheidet sich für Chloe, außer man läuft komplett am Leben. Ja, jeder normale Mensch entscheidet sich für die eine Person und tötet eine komplette Stadt. Ja, genau. Das ist die normale Entscheidung. Das ist die normale Entscheidung, dass du sagst, oh, hunderte, vielleicht sogar tausende von Leuten, die nicht nur sterben, sondern denen das komplette Leben zerstört wurde. Auch noch der Einfluss auf, keine Ahnung, was alles andere, was das für Katastrophen nach sich ziehen könnte, das Event. Oder eine andere Person, die sowieso schon zweimal gestorben ist in der Handlung und was man wieder zurückgeführt hat. Hm. Ich frage mich, was da die einfache Entscheidung wäre. Das ist... Oh, es ist die Person, mit der ich am meisten Zeit verbracht habe. Alle anderen sind mir egal. Get fucked. So, weißt du, wenn es irgendwie Chloe oder dann zwei, drei andere Personen wäre, wo es so, okay, es sind mehr Personen, aber die Leute sind vielleicht ein bisschen fragwürdig oder ein bisschen arschig, dann würde ich immer noch so sagen, ja, okay, das ist dann eine eher interessante Entscheidung. Aber es ist so, eine Person und eine ganze Stadt ist halt insane. Und das ist dann, sorry, Chloe, but you're hella dead now. Ich bin vorbei, weil alle Leute in Arcadia Bay sind eigentlich arschig. Und du kriegst das coole Ende im Spiel. Du kriegst das bessere Ende im Spiel, was emotionaler ist. Und du kriegst einen besseren Endingsong. So, oh, hier, Funeral, coolen Endingsong, alle sind traurig. Versus, wir fahren mit dem Auto aus der Stadt raus. Das heißt, die schwierigste Entscheidung ist vielleicht dann doch gewesen, dass man sich den Arm ab... Die schwierigste Entscheidung ist ganz objektiv. Pisa, Sarg, Lumbanda oder Shiggy. Ja, let's go. Das ist viel schwieriger, ohne Scheiß. Das sind die, das sind die wahren, das sind die wahren Entscheidungen. Die wirklich schweren Entscheidungen in Spielen ist, welche Pistole du in Resident Evil 4 wählst. Das ist die, das ist die wahre schwere Entscheidung. Abschneiden musste bei The Walking Dead als Lee, als man infiziert war, was, glaube ich, im Endeffekt überhaupt keine Rolle gespielt hat. Aber dieses Arm abschneiden war so fucking ekelhaft und man musste immer wieder rein und immer... Ihr könnt euch das vorstellen, vielleicht. Wir sind ab 12. What the fuck ist da? Why? Die schwierigste Entscheidung, die ich jemals in einem Videospiel treffen musste, war natürlich im Ball los geht dran. Jetzt werde ich dir denken... Oh, noch so. Wer ist der Psychopath? Die Person, die eine Person umgebracht hat oder die Person, die tausende Leute umgebracht hat? Ich frage mich, ich frage mich, wer von beiden schlimmer wäre. Boah, was, was ist das für eine Antwort? Also, welche Entscheidung, ne? Mit dem Camp oder welcher Charakter stirbt? Nein, die schwierigste Entscheidung im Ball los geht es, welchen Charakter man überhaupt spielt. Also der Charakter Editor. Also die ganzen Entscheidungen, die du treffen kannst. Welche Klasse spiele ich? Welche Frisur nehme ich? Was, was für eine... Der wäre Pokémon besser gewesen, ja. Black Tail... Nein, Red Nine Forever. Red Nine Forever. Ah, da spiel ich Menschen halb elf. Das ist... Drei Tage habe ich gebraucht. Das ist natürlich ganz klar die Wahl des Starter-Pokemons, aber nicht... Let's go! Ich weiß gar nicht, seid ihr auf Twitch oder seid ihr auf YouTube gerade? Ich hatte einfach... Ich hatte nur eingetragen, an welchen Tagen ich kann und dann habe ich nichts mehr mitgekriegt. Ich hatte gar nicht gesehen, dass irgendeine Entscheidung getroffen wurde. Man kann sich einfach nicht richtig entscheiden, aber auch nicht falsch. Was es wiederum zu einer sehr, sehr schweren Entscheidung macht, muss man dazu sagen, weil man eben auch nur eins von den drei bekommt. Also entscheidet euch richtig. Also The Witcher 3 hat super viele schwierige Entscheidungen, Life is Strange auch und ich kann mich nicht entscheiden, welche ich davon nehme. Sehr ironisch. Deswegen sage ich einfach einerseits, ob man dem Imperator vertraut in Baldur's Gate, falls das jetzt nicht zu sehr Spoilerie war, oder wen man romanzt. Ganz einfach. Das ist auch super schwer, finde ich. Ich muss auch Baldur's Gate nennen irgendwie und versuche das mal so spoilerfrei wie möglich zu halten, aber ich hatte einen Charakter irgendwie, der bei mir dann gestorben ist und zehn Stunden später habe ich erfahren, dass dieser Charakter nicht hätte sterben müssen. Ich liebe, wie viele Spiele hier genannt. Da bin ich echt freund von. Ich finde, das ist auch einfach eine Regel. Das ist dann scheiße, je nachdem, wer zuerst dran ist. Aber ich finde, du brauchst eine Familienduell-Regel und du brauchst auch den Familienduell-Buzzer. Das ist so, oh, eine andere Person hat schon Walking Dead genommen. Ja, die eine Szene aus Walking Dead. Nee. Und dann musst du irgendwas anderes nehmen. Dann musst du auch Leute mal dazu zwingen, vielleicht mehrere Sachen zu überlegen, dass man irgendwas parat hat. Weil ansonsten ist es halt, das ist ein Sieben-Minuten-Video und dann ist irgendwie dreimal dieselben Spiele und dann zwei-, dreimal dieselbe Entscheidung dabei. Sorry, aber das ist dann halt echt ein bisschen langweilig. Dann war diese Entscheidung, gehe ich jetzt nochmal zurück und habe dann nochmal fünf Stunden weitergezockt. Einfach, Björn, Alter, das habe ich bis dahin eh wieder vergessen. Außerdem sind mir Spoiler relativ egal. Wenn dein Spiel ohne Spoiler nicht funktioniert oder deine Story ohne Spoiler nicht funktioniert, dann ist das keine gute Story. Mal zu spielen, nur um den Charakter zu retten, weil ich dann erst gecheckt habe, wie das eigentlich so richtig vonstatten geht. Sonst, ja, also, sie labern ja alle im Hintergrund. Pssst. Danke. Es gibt viele Spiele, wo es darum geht, dass man eine gewichtige Entscheidung treffen muss, aber S. Dusk Falls ist wirklich toll gemacht, weil man da sehr viele Entscheidungen trifft, die dann immer so kaskadenartig, wie die... Boah, das ist Rare, Rare Simon W. Muss ich leider zugeben. Muss ich leider zugeben, Rare Simon W. Für S. Dusk Falls. Weiß ich nicht, Blätter an den Baum... Das ist das bessere David Cage Spiel. ... immer potenzieren und man irgendwann gar nicht mehr weiß, was war jetzt eigentlich der Fehler, der zu... Und das ist wirklich, bei dem Spiel ist es wirklich insane, in wie viele Richtungen das gehen kann tatsächlich, ja. ... dieser Situation geführt hat und oft, während man diese Situation hat und die Entscheidung trifft, kann man nicht genau sagen, was gut und schlecht ist. Es ist also nicht nur alles fokussiert auf eine Entscheidung, die dann gravierend ist, sondern jede kleine Entscheidung kann wichtig sein, wie im echten Leben. Ja, das muss ganz klar... Ich kann's... Ich kann's nicht glauben, dass ich das sagen muss, aber Simon hatte bisher den besten Take im Video. Simon hatte den besten Take im Video bisher. Es... Passiert auch mal. Kann natürlich Mass Effect 2 sein, weil, äh, als sich Miranda und Jack gestritten haben, dann komm ich dazu, ja, die streiten sich und dann denk ich mir halt so, okay, eigentlich will ich was mit Miranda anfangen und sie ist ja eigentlich mein Girl, aber ohne Scheiß, Miranda war in der Situation einfach wirklich so eine richtige, also so eine richtige, blöde Kuh. Und da kann ich leider nicht sagen, Miranda, du hast recht, dann hab ich natürlich Jack recht gegeben, weil es die einzig richtige Lösung war und ich nicht genug Punkte hatte, um beide da irgendwie... Naja, auf jeden Fall, Miranda war dann sauer und dann bin ich halt mit Jack im Bett gelandet, ist auch okay. Das ist das Teenie-Drama. Ich find's eh immer seltsam, wie in Bioware-Spielen so Sex die ultimative Belohnung ist und danach ist dann egal. So nachdem du mit der Person gebumst hast, dann ist so ja Beziehung durchgespielt, jetzt kann sich Commander Shepard wieder irgendwas anderem widmen. Die korrekte Entscheidung wäre sowieso gewesen, direkt sich für Jack zu entscheiden. Ich glaube, vorab ist es wichtig, das ganze Zeit nicht einzuordnen. Ich war nämlich um die 16 Jahre alt und damals habe ich Kingdom Hearts 1 gespielt. Man muss am Anfang... So ist die Anfangsentscheidungen? Am Anfang des Spiels ja Schwert, Schild oder Zauberstab wählen und ich konnte mich ums Verrecken nicht entscheiden. Ich dachte, das hat einen Einfluss aufs spätere Spielgeschehen und ich saß da wirklich eine Dreiviertelstunde rum, weil da ist ja so ein kleiner Text, da habe ich mich immer gefragt, womit identifiziere ich mich denn am meisten? So bin ich eher der Typ, bin ich eher der Typ, wie gehe ich mit deinen Freunden um? So komplett zerdacht, am Ende hatte das gar keinen Einfluss auf gar nichts. Naja, es hat keinen Einfluss auf die Story. Es hat keinen Einfluss auf die Story, aber das hat tatsächlich einen Einfluss, was du wählst. Du hast halt nur keine Ahnung, was. Also die Schwert und Schild zu wählen, finde ich, das ist noch relativ easy zu verstehen, dass du halt weißt, okay, das eine ist halt Angriffsstärke, das andere ist Verteidigung und das andere ist dann Magie und dass du da die Anfangspunkteverteilung dementsprechend ein bisschen anders ist und es eben dann, was du halt weniger weißt, ist, dass es einen Einfluss darauf hat, in welcher Reihenfolge du welche Fähigkeiten freischaltest. Zum Beispiel ist es ab Final Mix dann relativ eine gute Entscheidung, Schild als Anfangswaffe zu wählen, weil du dann am frühesten die Leafbracer-Fähigkeit bekommst, die halt super wichtig ist im Spiel, gerade im Hard Mode. Aber was die Beantwortung der Fragen von den Leuten betrifft, also darauf zu kommen, dass das einen Einfluss darauf hat, wie du levelst, never ever. So, wenn du weißt, dass es das beeinflusst, dann kann man das so rückwirkend nachverfolgen, was die Texte bedeuten, aber wenn du das einfach nur so liest und vor allem, welches Spiel macht das schon? Weil das, was wirklich beeinflusst ist, ist entweder du levelst am Anfang schneller auf und am Ende brauchen die Level länger dafür, du brauchst dann am Anfang weniger Erfahrungspunkte, um so die ersten 30 Level zu holen und dann nach hinten raus brauchst du mehr Erfahrungspunkte als sonst. Das andere ist, es ist vollkommen gleichmäßig und dann gibt es, und das ist eigentlich die korrekte Variante, du levelst am Anfang schwerer auf, aber dann nach hinten raus wesentlich, wesentlich leichter und das heißt, bei der Entscheidung brauchst du insgesamt weniger Erfahrungspunkte, um Level 99 oder Level 100 zu erreichen und bei der ersten Entscheidung brauchst du eben am längsten, um Level 100 zu erreichen. Aber das aus diesen, aus diesen Fragen halt beim ersten Mal direkt korrekt abzuleiten, vor allem wenn du irgendwie, so, ich war auch, wie alt war ich, als ich Kingdom Hearts gespielt habe? Ich habe das 2003 gespielt. Da war ich 14, als ich das gespielt habe, ja. Da hatte ich auch keinen Plan drauf, ja. Aber ja, auf die Handlung hat es, auf die Handlung hat es null Einflüsse. Erst einmal große Spoiler-Warnung für Telltale's Walking Dead. Ich mache demnächst einfach den Buzzer. Und sich nämlich entscheiden, ob man Lee tötet oder liegen lässt und der sich dann halt als Zombie verwandelt. Und das ist einfach eine super schwierige Entscheidung. Vor allem, das einem Kind aufzuerzwingen, das ist schon schwierig und schon sehr heavy. Deswegen. Vollkommen easy. Vollkommen easy. Abballern. Einfach, einfach abknallen, wo ist das Problem. Das, ja. Kuro schüttelt den Kopf, der fand's gut. Was? Nein. Aber ich meine, Kuro liebt es, Leute zu erschießen. Einfach zweimal drauf, einfach zweimal drauf schießen. Ja, aber der, hallo, ein Kind. Du zwingst ein Kind. Oh. Bei Civilization VI die Entscheidung, ob man ins Bett geht, er auch noch eine Runde spielt. Das ist hervorragend. Das ist mega. Ja, ist leider, leider kein gutes Video. Sorry.